Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Masei, da bis zu einer neuen Folge Minecraft Harcourt 2 Jo, wir fangen an und kommen weiter In der letzten Folge haben wir in diesen Dorf und wieder in diesen Dorf gekommen und haben das ja gar nicht komplett geplündert oder zum Beispiel fast voll geplündert und jetzt ist gar nicht mal der Plan, dass wir mal wieder zurückgehen zurück zu unserem Dorf kommen Ok, das ist mir letzte Folge nicht aufgefallen, dass hier ein paar gabende Schöpfes Warte mal Warte mal, ich muss mal gucken, wie, wo, was, wo, was ist, weil... keine Ahnung wie... ist das nur die Kapitänische... oder? Schaut was raus Hm, hier ist der, also hier ist der Uh... Ich glaube mal was Schönes hier drin Also... Ich weiß nicht damit gehen, dass da sowas ist So, ist hier noch irgendwie was, hallo Schade Und da müssen wir so circa in die Richtung müssen wir so. Meins? 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 Hallo? Ja, das hört ja nach meinem Dorf aus. Hör? Oh, das ist mein Dorf. Das ist schön. Mein Dorf ist schön. Das ist hier nochmal da rein. Und crashen. So, ich soll jetzt mal pennen. Das ist mein Dorf. Oh, hau ab. Meins. Meins? Ich hoffe, euch geht allen gut. Und dann, wie es wieder rauskommt, ist es natürlich schon sehr stark, dass die WM schon am Laufen ist. Deswegen, wenn ich euch jetzt mal, was glaubt ihr, wer der Europameister? Weißt du, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber trotzdem werden wir Europameister mit dem Fall so geklärt haben. Und dann, wenn ihr euch dann noch vorpflanzen dürft, wenn ihr es könnt, wenn ich besser will, als dass ihr es dürfte. Und ich probt dann zu mehr Liter. Ich muss mal ein Rüchung, aber ganz kurz angeln. Glück, komm. Komm. Ja, komm her. Woll. Fischi, fischi, fisch, fisch, fisch. Und? Und? Woll. 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 Woll, also ein Kaviar, oder? Nee, Kaviar. Oh. Letziger Plan ist... Das ist ein richtig guter Blatt Dann fahren wir erstmal das Holz ab und ich muss erstmal nebenbei noch den Laufstöcker runterdrehen weil sonst es viel zu laut ist im Gegensatz zu meinem Jetzt muss ich mal nach der Web So So Und langsam wachsen der Rallt hier ein bisschen So Nächstes zieht vielleicht ein Enchant oder so 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 jetzt erst mal so ist daher machen wir noch da und dann ab hier so schiffen so ein kleines süßes schiffchen kleinere schiff noch nicht so einen großen hafen haben so und so damit dann müssen wir hier ein bisschen so bauen so weiter geht's wo geht ein alles regt man viel ohne armen menschen wochen ich schaffe ich noch so falsch das ist ja das war schon mal flitten fliegt auch kein friend ein auch viel mehr wachsen kann ich habe das exakt nein, okay, vergiss es geil, jetzt sind da vier so Teile, damit sich viel auch durfbar machen können so es sind ja auch ganz stabile die ganzen Essen derzeit so jetzt sind wir noch ein paar Mopfen noch von hier kommen dann ist die jetzige Folge auch schon wieder die Sammlung beendet Fischi 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 Hallo Fischi Oh Puffi Puffi brauche ich nicht Puffi Wo ist Puffi hin? Hier auch reingeschmissen Hä Wo ist ein Puffi hin? Hier auch reingeschmissen Komm Kip 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 Hallo? Golem! Hilfe! Diese bösen Tiere da Oh Kann ich jetzt endlich weiter angeln Komm 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 Ein Puffi hin Ein Puffi hin Ich hole Leute Ich gehe ins Haus und beten die Folge für heute kiem Los Klein Ichuche hier